Ein neuer Jaguar XF steht hier zum Verkauf. Der weiße Kombi ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 179 PS an 1 8 Gang Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher.